Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Der Juli und damit auch der Sommer sind nun zur Hälfte vorbei. Vom Gefühl her doch sehr kühl und wolkig wie hier, aber das trügt. Denn bis jetzt ist der Juli etwa ein halbes Grad zu mild. Und die Temperaturen, die gehen nun wieder Richtung Sommer. Denn Hoch Burkhardt breitet sich in den nächsten Tagen aus. Es gibt aber vom Gefühl her doch sehr kühl und wolkig wie hier, aber das trügt, aber das trügt, aber das trügt. Denn bis jetzt ist der Juli etwa ein halbes Grad zu mild. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Der Juli und damit auch der Sommer sind nun zur Hälfte vorbei. Der Juli und damit auch der Sommer sind nun zur Hälfte vorbei. Der Juli und damit auch der Sommer sind nun zur Hälfte vorbei. Der Klimawandel Hier ist er zu sehen. Kahle Kronen, dürre Zweige und als Folge davon Borkenkäferbefall. Der Klimawandel Hier ist er zu sehen. Kahle Kronen, dürre Zweige und als Folge davon Borkenkäferbefall.